so hallo ihr lieben wir machen heute weiter mit der lost case wir hatten vorher hatte ich eine map gehabt das hieß hier sektor sweep und dachte mir egal ja das war wirklich nur eine ganz kurze map und da war es vorbei deswegen habe ich das gar nicht aufgezeichnet der drop habe schon bei mir auf meinem kanal wusste ich auch nicht das weiß ich und ja wir gehen einfach mal rein und schauen uns einfach mal an was wir haben oder mal lost case level 1 machen verlobung und bin ich ja mal gespannt vielleicht werde ich noch eine stunde zocken als wenn es wirklich lange ist also es klingt ja schon wirklich weit 1 level 1 bis level 7 dann schauen wir mal masterbilder und 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 Einen Moment, ich muss was umstellen bei mir und zwar fortlaufende Drehung, jetzt traue ich noch einmal ganz kurz nach wie es bei euch aussieht, also ganz normal, sehr gut. Okay. Da sieht unten aus. Hm. Ach du Scheiße. Hab ich irgendwas, was ich ja... Ich habe hier einen verdammten Zombie. Ich dachte, die Kombination hat die QZ. Okay. Das sieht nicht so aus. Okay. 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 Ich brauche eine Waffe. Okay. 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 Hier ist nichts. Okay. 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 Ich sehe leider auch gar nichts. Ah, hier. Das ist ziemlich dunkel, die ganze Sache hier. Noch irgendwas hier? Eine Flasche. Ich weiß, wir könnten auch ganz aus die Krabbe killen. So. Ich sehe ja wirklich überhaupt nichts. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Okay, gut, egal. Warte, geht's. Ich habe das Licht. Okay. Okay. Ich gehe noch mal kurz zurück. Ah, ja. Okay, die Frage ist, geht's da weiter oder auch nicht? Okay, ich sehe nichts, was irgendwie aufleuchtet. Der ist tot. Ja, gut. Okay. Der ist wahrscheinlich bei ihm dran hier. Hier ist auch nichts drin im Klo. Gut. Alles klar. Hätten wir das auch geklärt? Ah, nice. So, da ist alles umdrehen hier. Moment. Da geht's weiter, will ich erst mal gucken, was erst mal hier unten drunter ist. Ah, gar nichts. Okay. Okay, ich muss noch weiter gehen. Ja, ich werde alt. Wir haben doch schon irgendwie klar. Huh. Also, Weg. Also, Weg. ich weiß es bisher der Untergrund Oh, okay. 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 Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. 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 Ah, ich verstehe. Okay. 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 ok dass die kamera hier Ach Leute, ich hasse es. Ok, schon 90 Schuss, steh mir das mal vorsichtshalber mit. Ich weiß nicht, ob es auf mich zukommt. Ich weiß nicht, ob es auf mich zukommt. Oh! 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 Digger, geht doch mal drauf hier. Uh. Drei Magazine haben wir noch. Vier Magazine. Okay, sehr gut. Ah ja. Jetzt weiß ich, ob wir die gebrauchen müssen, aber... Okay, lass uns erst mal so in Ruhe. Noch irgendwas drin hier, irgendwo Munition. Da ist nichts drin, okay. Ich gehe mal kurz hier hoch, wenn ich da noch irgendwas finde. So haben wir hier... Ah, Schroepunition. Also, wir kriegen auf jeden Fall schon mal einiges an Schroepunition. Natürlich mega klasse. Wird sie irgendwo die Schroepunition geben, oder? Ist was zum Heilen. Ja, mein Freund, das brauchst du auch nicht mehr. Aber irgendwie... Kriegen muss sie ja noch, vermute ich mal. Oder ich habe sie übersehen. Ist beides denkbar. Hm, da liegt sie doch. Okay. Fehlen wir was zum Heilen. Ich gehe mal das hier auch. Danger, okay. Ach, das Spiel hasst mich. So, jetzt habe ich mich natürlich erst mal noch in aller Ruhe mit schön drum gekümmert. Also, ich habe mir diesmal Zeit gelassen beim Erschießen, weil es ist auch mir eh scheißegal. Weil hier ist ja was zum Heilen. So, hast du noch irgendwas für mich hier? Gibt es hier noch irgendwas, was hier vielleicht eventuell versteckt ist? Hm, das sieht nicht so aus. Hm. Okay. Okay. Hm. 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 Überall nichts. Ich habe schon reingeschaut, ne? Naja. Ich habe schon reingeschaut, genau. Ich muss mir das angewöhnen, unbedingt Dinger offen zu lassen, weil sonst will ich mal nicht auf die reingeschaut habe oder nicht. Okay, jetzt auch nichts. So ganz gesund sieht das auch nicht aus. Wir könnten ja mal. Das Ding ist ja so scheißegal. Mal das hier nehmen. Ich muss mal hier reinschmeißen. Okay. Ah ja. Da ist was drin. Habt ihr schön im Originalspiel geliebt, die Dinger. Gibt es hier vielleicht irgendwas hier oben? Ne. Gut. Gehen wir weiter. Ja. 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 Ah, sehr gut. Na gut. Kann man noch behalten. Mhm. Okay. Das ist doch jetzt nicht wirklich viel hier. Leicht erschrocken. Äh, da klappt es zu. Ah, hier ist noch was. Okay. Okay. Ja, Repair section. Two shells left. Komm herr! Okay. und kam das nicht so gesund sehen sie nicht mehr aus sagen wir gehen noch rein immer so ein bett ist auch nicht naja mhm 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 das ist eigentlich sehr viel sagen sehr viel suchen überall wo ein bisschen blaues licht erscheint alles abgrasen könnte irgendwas sein was wir brauchen munition schrot oder wenn man gerade vom teufel spricht was gross ok der hat mich getroppt das denn für fiecher ich kenn ich gar nicht oder ich war im haus spiel blind eins von beiden achten stück aber schon mal das erste reflex ist schon mal drin ja super Alex! Russell? Just hier. Mama ist da. Hm. Okay, es geht auf jeden Fall irgendwie auf. Ne, geht alles nicht auf. Dann bleib ich mal kurz hier in der hockenden Position bei mir. Ich gleich mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ne, sieht das nicht so aus. Ah, hier oben geht es was. Da gibt es auch noch was. Aber ansonsten... Sieht das nicht so aus. Hier in der Granate gibt es noch. Ah, die habe ich schon bereits. Okay. Ah, hier ist noch was. Ja, war eine Stunde. Hätte mich auch schwer gewundert, wenn ich ehrlich bin. So, okay. Jetzt haben wir alles. Jetzt gehen wir weiter. Nichts. Okay. Na, hallo? Ah ja. Wie auch. Was haben wir das? Da ist es besser. Da ist es besser. Nein, das ist besser. Ohja. Und das ist besser. Alex, das Signal ist zurück! Kannst du mich hören? Sind Sie okay? Ja, ich bin gut. Keine Worte. 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 Oh, die blaue Karte. Oh nee, wir hatten wohl eine Grüne gehabt, ne? Ugh! Ich bin ja jetzt. Okay, klar. Sehst du schon irgendwas? Okay, jetzt sieht mir aus, wie es wäre hier alles. Hältet Dinger hab ich aber nicht hier. Aber heilen muss ich mich ja eh nicht, ich bin ja eh voll. Okay. Jetzt klingen wir wie Combine Soldaten. Sieht alles gut aus. Oh. Uh. Ja moin. Passiert. Nichts. 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 Ich bin ja echt gut von mir. Ein Stück Scheiße ist immer... Ja. So ist das nicht. Okay, also ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen was... Okay. 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 Das passt. dann passt das ja auch vielleicht öffnen die kabel schilder und schütze ihn okay Was ist denn das also? Da hat der Schnur auf, das weiß ich. Was ist denn das? 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 Okay, gut. Oh, Gott. Okay. Was ist denn das? Ist voll für Schuss. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Oh, einfach so auf. Ah, okay. Was ist denn das? Okay. Okay, gut. Also wir müssen hier definitiv zurück. Was ist denn das? Oh, was muss ich noch machen? Okay. Okay. Und nichts weiter. Was ist denn das? 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 was? Was ist denn das? Was ist denn das? Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Ach, die war doch glaube ich hier am Anfang, ne? Die war ganz am Anfang, bei der Map. Die war hier. Okay, Selbstmord. Ah ja. Gut, hat man das. Gut, hat man das. Gut. 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 Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. So, schauen wir mal. Was ich auf jeden Fall brauche, ist ein Reflexvisier. Oh, das hat wirklich funktioniert, nicht wahr? Ja, das ist auf jeden Fall im Melden besser. Oh, das war's für heute. Incoming! Oh, das war's für heute. 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 Okay. Das macht das Spiel gerne anscheinend, ne? Also... Oh, ich will einfach nur schreckhaft. Komm. Ich nehme dein... Es liegt noch so schön behindert da, dass ich meine Munition nicht rauskriege. Die kriege ich doch aus. Okay. 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 Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Stelle erstmal Schluss. Und ich bin wieder bis hierher und machen von dort aus dann weiter. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Okay. 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 Okay.